Erstmal ein bisschen beruhigen, ne? So, ich entführe euch jetzt in ein anderes Land. So, ich entführe euch jetzt in ein anderes Land. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne einmal Nummer 43. Du auch, Erika? Ja, für meine Frau auch. Also zweimal das Eisbein mit Sauerkraut. Ja, ich frage mal nach. Was trinkt man denn bei euch Chinesen zum Mittagessen so traditionell, wenn man mal fragen darf, junge Frau? Ja, König Pilsen, Erika. Ja, haben Sie auch Liter? Ja, zwei Liter. Zwei Liter, ne, Erika? Ja, ich frage mal nach. Äh, Fräulein, die Nachtischkarte ist sehr groß. Was ist denn die Nummer 6004? Ist das einzige ohne Foto bei? Ach so. Oh, das tut uns aber leid, ne, Erika? Der Fotograf ist gestorben bei dem Foto. Ja, wie ist es denn passiert, wenn man mal fragen darf? Ach, der ist einfach von der Leiter gerutscht und war sofort tot. Aha. War sofort tot, Erika. Ja, dann ist das aber schnell gegangen. Das ist ein schöner Tod, ne? Ein sehr schöner Tod. Ein hervorragender Tod. Gut, Erika. Arrgh. Ne, dann nehmen wir das zurück. Dann tut es uns das aber nicht leid. Ne, aber wir nehmen das dann. Guck mal, da hinten, die Hartmanns, Erika. Da hinten. Hinterm Aquarium. Ne, wie die wieder aussieht. Guck mal, die Frau. Die Frau. Ja, guck mal. Bah. Was ist das denn für... Was die für eine Frisur trägt? Bah. Hör Socks. Ah, tuk, 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 tuk. Die sieht ja aus wie ein Huhn. Ah, tuk, 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 tuk. Hm, war das noch nicht fertig? Guten Tag, Herr Hartmann. Guten Tag, Frau Hartmann. Auch hier? Da muss freundlich sein. Ah, tuk, 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 tuk. Ah, tuk, 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 tuk. Entschuldigen, darf meine Frau mal am Aquarium gucken? Dankeschön. Du darfst, Erika. Das waren Impressionen aus dem China-Restaurant Mykonos. Applaus